Du liebst Seepferdchen, diese ganz besonderen Meereswesen, bei denen die Väter die Mütter sind und die Babys zur Welt bringen? Ja, das ist Diversity der ganz besonderen Art. Diesen wunderschönen Kunstkalender von Petra Maria Scheidt kannst du jetzt bei www.schutzenglein.de bestellen mit vielen exklusiven Bildern von Seehörnchen und Seepferdchen, denn die Unterwasserwelt ist eine magische Welt und du darfst Teil davon sein.